. Ich, aber auch nicht, werde ich nicht mehr gehen, bis ich meine aktuelle Schilderung zu Ende habe. Keinmal, wie viele Jahre es dauert, werde ich diese Gefühl, die in mir in mir gegründet wurde, seit wir uns zusammen zusammen verbunden haben. Das ist doch noch ein bisschen eine Schwierigkeit, nicht wahr? No matter what we may go through, or how many times we may stumble, we'll follow the path we believe in. That's what the Phantom Thieves are all about. Stop trying to be such a cool cat! I am not a cat! Yeah, I guess I am. There's still no way I'm accepting Doc's reality, but if it weren't for going through that, I don't know if I would have felt this way now. It's like following through with what I want to do in life. I guess I learned how to really believe in my future. In that case, wouldn't you say Sumire learned the same thing? I mean, she is at training camp right now. Indeed. While her viewpoint may differ from the Phantom Thieves' beliefs, there's still much we can learn from her. Oh, that reminds me. Sumire left something with me. She told me she forgot to give us this the other day. Is that a newspaper clipping? I guess it was lying on the ground when we got out of Dr. Maruki's palace. This article! It's the case about Dr. Maruki's loved one. The one whose family was murdered. I'd be willing to bet. This is Doc's treasure. So her case was the origin of Maruki's distortion. Would you hold on to this? We've all got to keep living with our eyes focused on our dreams. Otherwise, Dr. Maruki's going to give us all kinds of shit. You're absolutely right. Well, I'm very impressed. You've all become quite mature. So let me throw you a little celebration in honor of the next chapters of your lives. Order whatever you'd like on me. Thank you. Oh yeah! It's all you can eat and drink, people! Boss, thank you for the generosity. That wasn't what I said. Doch, genau das hast du gesagt. Oh, hi! Du kannst mir hier der Zeit schreiben. Hier ist ein Foto von unserem ersten Besuch im Schrein. Wow, das ist schön. Das weckt Erinnerungen. Ja, fast zwei Monate. Das ist jetzt nicht lange. Ja, da war sie tatsächlich und hat gedacht, sie wäre noch Kazumi. Jetzt bist du Sumire. Oh, nice! Das freut mich. Ich unterstütze dich, egal was ist. Auf jeden Fall. Definitiv! Nein, tu das nicht. Wie gesagt, ich hätte mir ein bisschen mehr Intimität vielleicht gewünscht. Sie hätte vielleicht noch ein Herz-Emoji schicken können oder irgendwas. Näh, egal. Es ist okay. Es ist... Das Spiel ist... Oder das Ending, sage ich jetzt mal, ist wahrscheinlich nicht dafür ausgelegt, dass man sie daten tut. Doch wer datet sie nicht, wer dieses Spiel spielt. Frag ich mich. Weil sie die einzigste ist, die man noch nicht... ...kennt. Was ist morgen? White Day? Okay. Ja. Ah. Ich habe haufenweise Geschenke im Inventar, aber... Oh, das wäre toll. Du bist eine Katze. Ha! Der war gut. Ich hatte nicht mal ein Geschenk am Valentinstag für meine Freundin. Okay. Geht's falsch mit Blumen. Mach's sicher, dass du sie vor dem Date kaufen kannst. Du musst sie am Ende präsentieren. Überraschung. Also, du kannst sie nicht sehen, dass du sie auf dem Date kaufen kannst. Verstanden? Okay. Du musst ihnen Blumen geben, hm? Du bist eine Katze. Denk an, wo du sie gehst. Du musst sie irgendwo mit einer richtigen Atmosphäre. Aber sie muss ruhig sein. Oh, wie geht das neue Aquarium-Exhibit in Shinagawa? Ich sah nur ein Kommerz für sie. Das wäre ein guter Ort, oder? Ja. Das Aquarium ist ein guter Ort für ein Date. Ich sehe. Jetzt, wenn die Date-Fahrt übernimmt, musst du sie nach Essen nehmen. Somewhere schöner. Das ist Standard. Es ist quasi die letzte Minute, um Reservations zu machen. All die fancy Pläne werden ziemlich schnell über White-Day getrunken. Okay, richtig? Du hast keine Reservations? W-Wait! Was? Lässt dich das irgendwie umgehen? Oh, verdammt. Ich mache das nicht immer, aber... ... ich weiß ein Ort. Ich kann gar nicht mehr was sagen. Ich glaube, sie sind auch voll. ... aber du kannst einen Eindruck bekommen, wenn du meinen Namen nennen möchtest. Wirklich? Wow, fantastisch! Sie hat Verbindungen! Also, wenn du nach Essen bist, wirst du zu sprechen, wirst du dich lieben, und das ist, wenn du es ihr geben möchtest. Soll ich mich dumm stellen? Direkt, soll ich mich dumm stellen, dir was geben? Weren't you listening? Weren't you listening about the flowers? You need that surprise gift. That ought to do it. Just follow the plan and you're safe. Wow, this plan is foolproof. Leave it to the chief. Well, I taught you my secrets. The rest is on you. Do your prep and make those reservations. Good luck. On that note, I'm going home. Now it's up to you. Aber meine Angebetin ist immer noch im... Trainingslager. Huh. Let's see. The reservation comes first. You remember that restaurant, which chief told you about? Thank you for calling, sir. Were you looking to make a reservation? Morgen für zwei, bitte? I'm sorry, sir, but I'm afraid we're fully booked for tomorrow. Das war klar. White day is crazy, huh? But don't worry. All you have to do is mention the tea. Alternative. Sojiro Sakura empfahl den Laden. You're a friend of Mr. Sakura's? My apologies, sir. If you could just hold for one moment. Huh. Thank you for your patience. You wanted a dinner course for two on the 14th. We will have a table ready for you. Dang. The chief has serious cloud. Das stimmt wohl. Will I ask your name and contact information? Okay. Your dinner plans are locked in. Now you just gotta get the flowers. And then it's off to the aquarium and dinner. It's gonna be busy tomorrow. So we better get rest while we can. Today is the day. Let's go get those flowers. I think there was a florist in that underground passage in Shibuya. Yeah, that's right. I think. Oh, was bringst du hier heute? Ich benötige ein Geschenk. I see. Okay, leave it to me. Mach ein paar schöne Blümchen für mich. That should do it. I tried to keep it as simple as possible. Okay, that comes out to... Hold on. Let me cover this one. You've been taking care of me yourself, so... I need to express appreciation for you too. Du bist eine Katze. Scharlach-Rote-Rose. Okay, now you're all ready for the date. Geld spielt absolut keine Rolle. Don't worry. I'm a gentleman, who knows his manners. I won't be tagging along. Okay? Really? Ich denke, ich frage... Sumire natürlich. So, wenn ich jetzt wahrscheinlich... Denke ich. Ich hab's ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Wenn ich jetzt mit jeder eine romantische Beziehung eingegangen hätte, dann könnte ich wahrscheinlich jetzt auswählen. Aber wir werden natürlich Sumire anrufen, ist ja klar. Yes, Yushisawa spricht. Hi. Lass uns nach Shinagawa gehen. Natürlich, das ist okay. Ich habe heute keine Praktik, also ich gehe sofort hin. Bis zum nächsten Mal. Okay, dein Trainingscamp muss wahrscheinlich ums Eck sein. Sollte mich fertig machen. Nice! Ah, es gibt so viele verschiedene Fische. Ich hätte nie gedacht, dass ich sie von einer Distanz gesehen habe. Sie sind alle so schön. Ich habe es mir gedacht. Ich erinnere mich, dass wir eine Familie-Trippe in ein Aquarium hatten, als ich jünger war. Kasumi war so begeistert, um den Fische zu sehen. Aber... Wahrscheinlich war ich so schockiert, dass ich das ganze Zeit schreit. Hast du immer noch Angst? Nein. Vielleicht, weil ich dich hier habe. Oder so etwas. Das ist wahr. Ähm... Senpai? Wenn ich falsch bin, kannst du mir nur sagen. Aber... Ist das ein Date für White Day? Das ist es. Ich wusste es! Ich bin so glücklich, dass ich es mit dir spenden habe, Senpai. Seitdem wir uns auf einem schönen Date wie dieses, können wir vielleicht gerne Spaß haben. Auf jeden. Oh, warte. Ich denke, das ist das Ende des Exhibits. Danke, dass du mich heute ausführen kannst. Ich werde mich noch mehr motiviert für die heutige Praxis. Willst du noch was bleiben? Was? Well... Ich glaube, ich werde dich auf das. Ich sage es nochmal, wir sind in einer Beziehung. Es ist nicht einfach nur ein Date. Dieses letzte ist schön. Ich bin mir empfohlen, Senpai. Hoffentlich gefällt es dir. Natürlich! Oh, genau. Inhalte, Entschuldigung. Sorry, über das. Liebe ist so verrückt. Ich fühle mich so glücklich, wenn ich mit meinem Freundin bin. Aber sogar kleine Fehler machen mich so depressiv. Als lange ich dich habe, ich fühle mich, dass ich alles durchführen kann. Senpai, ich bin glücklich, dass wir auf dem gleichen Level sind. Ähm, so zu sprechen. Oh, äh, sorry. Sorry about that. Ladies and gentlemen, thank you for joining us on this special day. We wish you all an unforgettable evening. With one last finishing touch from us. Huh? Äh, so zu sehen, dass etwas passiert ist. Oh, das ist sehr schön. In der Tat. Das ist für dich. Was? Vielen Dank, dass er auf die Knie geht. Ich weiß, dass ich das nie kam. Aber ich bin so, so glücklich. Das freut mich. Die Überraschung. Yeah, ich sehe zwar nicht glücklich aus gerade, aber... Really? Klar. Wie war es so glücklich? Ich glaube, dass du viel Erfolg in dieses Datei setzt. Aber ich sollte nicht mehr erwartet, Senpai. Du hast alle geholfen. Und du hast immer ihre Glück, bevor alles andere. Aber ich will nicht, dass das einseitig sein wird. Einen Tag... Ich will dich, wie du für mich machen willst. So, ich glaube, das könnte nicht für ein paar Tage sein. Ich freue mich drauf. Danke. Das wird definitiv passieren, dann wird es definitiv passieren. Also bitte, beantworte. Okay, vielleicht bin ich etwas zu verarbeitet. Ähm, wir haben noch ein paar Zeit in der Nacht. Also... Kann ich mit dir bleiben? Nur ein bisschen länger. Auf jeden Fall. Wir haben Zeit zu zweit verbracht. Als es spät geworden ist, habe ich dich zum Bahnhof begleitet. Okay. Wir haben... ...gekuschelt. Und vielleicht auch ein bisschen mehr. Äh. Was heißt denn, ja eigentlich? Ja, endlich. Okay. Okay. Off you go, then. Try not to cry. Okay. Das heißt, wir dürfen uns jetzt quasi noch von jedem unserer Freunde verabschieden, nicht wahr? Gute Nachrichten. Gute Nachrichten. Nice. Und sie sagt, wir können unsere Studenten gemeinsam machen. Wundervoll! Hervorragende Arbeit! Ich fühle mich, dass ich jeden Tag mehr interessiert bin. Ich will sehen und lerne so viel Dinge. Also, ich will, dass ich das habe. Wie geht's? Ich werde das immer so viel verändern, dank der Notebook. Und du natürlich. Wenn du immer so leid fühlst, schau dir das Notebook und erinnere mich, dass ich dir zurück habe. Für das New Game Plus im Endeffekt. Dass man quasi... Schatz, Neustart und Memento-Scan freigeschaltet. Ja, dass man quasi bestimmte Fähigkeiten am Anfang des New Game Plus schon hat. Hi! Mein Bewehrungstagebuch? Ja, warum nicht? Oh, ja. Ich habe das vergessen. Die Diary des Phantom-Thieves-Leaders, hm? Wahrscheinlich wird es bald viel wert sein. Irgendwann. Danke. Ich werde es sicher halten. Na ja, wir haben alle viel erlebt. Aber es scheint, dass alles verändert hat. Versuch, sich zu Hause zu verhalten, würde ich nicht? Nicht, wie du mich auf jeden Fall hörst. Das würde ich so nicht sagen. Rezeptnotizen. Ich habe sie bereits memorisiert. Mit dieser Sachen, kannst du das gleiche machen. Na ja, das wäre ein Verlust. Zuerst. Setz deinen eigenen Spinn auf den Flasor. Veröffentliche es. Mach es deinem. Komm schon, du solltest gehen. Wir haben immer noch Dinge zu tun, oder? Aufbrechen wollen. Ich habe mein Leben als Filmkritiker aufgegeben und stelle mich in den Dienst der Menschheit. Okay. Ich breche jetzt an der Reise hin. Hm. Wohin? Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Ach, das ist dieser aufgeblasene Spast. Ja, ja, ich erinnere mich. Aha. Okay. Hau rein, Digga. Hey, Si! Hi. Du siehst, wie du gut machst. Ja. Ich habe mich entschieden, nach Arbeit zu stoppen. Nice. Ich bin immer von diesem Ort gekommen. Ich war immer ein Fan von Leblancs Kaffee. Es ist morgen, oder? Der Tag, wo du nach Hause gehst? Ja. Leider. Lust auf Kaffee? Na ja, Zeit für ein Käffchen ist immer, würde ich sagen. Sauber. Na. Du möchtest finden, dass sogar jetzt... Manchmal fühlt es sich, dass die ganze Welt gegen dich gegen dich fühlt. Also, nur in der Fall. Geh das. Wenn du Hilfe brauchst, werde ich auf deinem Seite sein. Erinnere dich. Ich werde meine Part machen, um etwas reales Justiz zu unserem legalen System zu bringen. Ich kann nicht immer auf die Phantom Thiebe auf die Zeit. Oh. Sie ist jetzt Freiberuflerin geworden, wie es aussieht. Das freut mich. Herr Versuchskaninchen. Achja, das ist das... Mädchen, warum... äh... das ist das Mädchen, das wir quasi... Während... dem Social Link aufbauen mit Takemi quasi ähm... ja, geheilt haben. Hi. Oh, hey. Dann geh ich nach Hause, ja? Zu... Ja, genau. Miwa-chan, genau. Das freut mich zu hören. Alles dank dir. Gerne. Du hast alles, was du konntest, um mir zu helfen. Ich weiß nicht, woher all diese Devotion kommt. Vielleicht sollte ich eine Kug von dir nehmen. Hier. Ich will, dass du das haben. Danke. Du hast Miwa-chan saved. Es ist nur fair, dass du sie irgendwann mal treffen möchtest. Habe ich schon. Mal sehen. Welche Hunde ist alles besser? Vielleicht können wir beide einen Tag, um dich zu besuchen. Sehr gerne. Ich habe immer Luft für einen Dreier. Ich will Ihren Hunde-Marken. Hunde-Marken gibt Zugriff auf alles, was in der Klinik verkauft wird von Anfang an. Das ist nice. Hi. Sie ist eine tolle Ärztin. Ja. Das freut mich, dass wir auch sie auf den, ich nenne es jetzt mal Pfad der medizinischen Gerechtigkeit gebracht haben. Finde ich gut. Was haben wir hier? Ja, das sind jetzt quasi auch alle vielleicht ein bisschen unwichtige NPCs, aber im Endeffekt auch NPCs, wo wir quasi Sinneswandel bei Leuten in Mementos gestartet haben. Okay. Ich glaube, dann sind wir hier fertig. Dann gucken wir doch mal, wo die anderen abhängen. Denn darum geht es ja heute. Wir wollen uns bei jedem persönlich verabschieden. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen traurig, aber eh. Jedes Spiel muss irgendwann zu Ende gehen. Und ich glaube, dieses Spiel hat es mittlerweile... Bin ich schon... Ich habe völlig den Überblick verloren. Bin ich bei 100 Parts? Bin ich über 100 Parts? Ich weiß es nicht. Oh, Yusuke. Hi. Hi, Digga. Das ist richtig. Alles klar. Du wirst morgen wegwerfen. Leider. Es ist schade, dass wir das als eine Saison von Glückwunsch sehen. Aber... Ich habe nicht erwartet, dass wir alle unsere jeweiligen Weg gehen würden. Was machst du eigentlich? Du bleibst als Einzige hier, nehme ich an. Das ist schade. Dieses Zeitpunkt zuletzt... Ich hätte nie gedacht, dass ich euch alle alle treffen würde, mich zu Hause oder mich zu einem Phantomschein werden. Oh, danke. Oh, danke. Oh, danke. Das ist sicherlich. Das ist eine Schönheit auf sich selbst. Dein Leben ist kein Schmerz für seine eigenen Schmerzen. Deine wahrsten Schönheit liegt in ihnen. Ah, vielleicht. So, was hat er uns denn gegeben? Sehnsucht und Hoffnung. Damit können wir Skillkarten von Anfang an kopieren. Das ist gut. Du wohnst ein Einkaufszentrum. Mal gucken, wer hier rumgeiert. Wahrscheinlich eine gute Ahn. Ahn, 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 Ahn. Ann, wo bist du? Oh, hier bist du. Hi, Schätzchen. Hi. Ja, wir werden uns wiedersehen. Mit Sicherheit. Richtig. 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 Oh, richtig. Vague hat mir ein spezielles Stück an mich in diesem Monat. Huh. Wie es aussieht, ist Ann nur bei der Wake gelandet anstatt bei der Woke. Naja. Oder dem Magazin. Ich habe das alles gesagt in der Interview, aber... ... ich werde hart arbeiten. Einen Tag werde ich über die Welt modellen. Ich muss Menschen erreichen. Ich will jemandem Hoffnung geben, wie du für mich. Danke für alles, was du getan hast. Die Tage, die ich mit dir hatte, waren einige der blödersten in meinem Leben. Und wenn ich eine Star bin, werde ich aber noch blöder 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 schreien. Also du schaust mich an! Den ein oder anderen Blödsinn noch zu fabrizieren. Ist im New Game Plus eigentlich nur das... ... die Möglichkeit, das Spiel auf Merciless durchzuspielen. Aber... ... das ist auch nicht wirklich schwer von dem her. So, wo möchten wir denn als nächstes hin? Wir könnten so Central Street. Da sollte vielleicht... Oh ja, hier geiern sogar gleich drei Leute rum. Stimmt! Hey Haru! Oh? Es ist ein bisschen wunderschönes Meeting hier. Und das erinnert mich. Der neue Kopie-Shop-Ventur ist um die Eröffnung zu eröffnen. Eigentlich, ich werde mit ihren Eröffnung sein, sogar während der Schule anzusehen. Und in der Schule. So, fühlst du da so ein Traum? Wahrscheinlich. Es ist ein early Schritt. Aber trotzdem ein wichtiger Schritt. Ich kann nur vorstellen, dass es schwierig wird. Ich werde meine Studierenden und die Firma beurteilen. Ja, das ist wahr. Aber ich hoffe, dass ich meinen Traum wahrnehmen kann. Ich versuche, dass ich das funktionieren kann. Bei der Weg... ... habe ich versucht, etwas für dich zu machen. Ich würde gerne Hand-Krafted-Goods in meinem Café auch sehen. Also, das ist der erste Schritt in meiner Praxis. Ich möchte, dass ich auf meinem Grandfathers Reputation leben möchte... ... und meinem Vater Legasie. Es muss ein komfortvolles, herzliches Ort für alle sein. Ein Ort, um deine ruhige Stunden zu sparen. Als es öffnet wird, sollten wir alle dort dort treffen. Just wie unsere Tage in Leblanc. Auf jeden Fall. Und ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So, was haben wir denn schönes bekommen von ihr? Bodenverbesserung freigeschaltet. Okay. Bodenverbesserung? What? Danke für den heutigen Besuch... Achso. Hey, LaMensa! Auf jeden Fall. Okay. Okay. Wow, thank you! ... und so großartig. Well, wo wird ihn dann nächstes gehen, ich wundere. Hm. Gehst du voran? Welche weiteren Beweis brauchen Sie von mir? Von hierher wird alles, wie du es wünschst. Das wäre schön. Würdest du mich über dich behalten, um dich zu halten? Vielleicht könnte ich es umgelegen. Danke! Vielen Dank! Ich habe noch mehr als nur Worte, um dir heute zu geben. Lass mich, um dir einen Gebet zu geben. Nicht als derjenige, der dich führt, aber einfach als LaMensa. Das ist meine Wunschung für dich. Um deine Reise zu führen. Challenge-Schlüssel. Du bist so lange mit dir selbst verabschiedet. Jetzt, am Ende, ist es nur richtig, dass du den Gebet zu haben. In der Vergangenheit, die Gäste des VELVET-ROOM haben ihre Gebet zu haben, auf ihren ersten Besuchern. Das stimmt, ja. 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 Du hast bereits den Weg der echte Freiheit gewählt. Mit den anderen inspirieren, um die Hände zu nehmen und zu kämpfen für ihre eigenen Glauben, kannst du die Welt selbst ändern. Wir gehen auf den Weg der echte Trickster. Kannst du dich über die Überraschung führen? Okay. Alle VELVET-ROOM-Werter-Features freigeschaltet. Nice. Dann tun wir Iwai mal besuchen, würde ich sagen. Hi. Was hast du hier zu suchen, Digga? Kaoru. Ach, das ist sein Sohn, ja. Genau. Unbedingt mit mir reden. Beruhige dich. Chill. Frühling fahre ich an der Shujin an. Oh. Viel Glück. Schön, freut mich für dich. Hi. Ich höre, du gehst morgen nach Hause. Perfekt. Ich hab dir eine Geschichte für dich. Kaoru hat die Hochschule geacceptet. Er wird im Frühjahr ein Shujin-Akademie-Studium sein. Oh, er ist den guten Händen. Dankeschön, Mann. Kaoru wird glücklich, wenn ich ihm erzähle. Er sagt, er will, wie du dich werden. Ich bin ein Freund, bedeutet, dass jemand in deiner Führung folgt. Aber ich kann nicht alles zu dir verlassen. Ich bin hier der Eltern, also muss ich meinen Job machen. Oh ja, hier. Es ist ein EY-Familie-Gecko. Geh gut aus. Okay? Danke. Vielen Dank. Ich habe dich rund um den Ort geholfen, hat mich zu erkennen. Die Zeit haben sicher verändert. Aber ich gehe noch nicht obsoletisch. Ich habe noch mehr zu lernen, wie du. Es sieht aus, dass du jetzt viele Leute folgst. Ich bin wirklich glücklich, dass wir uns getroffen haben. Geh... 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 Ego ist ja verschwunden, leider. Hä? So, dann werden wir mal zum guten Ryuji gehen. Hi! Yo! Mann... Springbreak ist supposed to be the most fun part of the year, aber... im Grunde bist du einfach weg. Dann wieder... So bin ich. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die letzte Zeit, dass wir hier mit uns treffen. Ich vergesse dich nie, Ryuji. Dude... Ich sage es so... Du schaust es so, als ob ich sterben werde oder was. Hahaha, yo! Schau... Das wird nicht die letzte Zeit, dass wir uns zu sehen werden. Ich komme, wenn du willst. Ja, ich hoffe doch. Selbst mit der Rehabilität... Ich weiß nicht, ob meine Beine immer wie es war. Aber wenn ich denke, wie viel ich zu fahren möchte... Also... Ich denke, dass es kein Punkt zu sein ist. Nichts ist garantiert. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwoher werde. Aber... Du kannst das für jeden Fall sagen. Genau? Ich will nicht leben, mit dem Regretungen oder... Schmerz. Ich würde lieber fahren. Und weiterfahren. Und hey! Du musst auch practiceieren. Wenn wir unsere Zeit haben, können wir sogar noch aus. Und... Was ich denke, über die Schule ohne euch zu gehen... Ich weiß nicht... Ich kann es nicht vorstellen. Es ist schön, dass ich ein Zukunftsverlässer habe. Aber das ist alles dankbar zu dir, Mann. Das freut mich wirklich. Und ich hoffe... Ich hoffe, dass auch für dich alles gut ausgehen wird. So... Gehen wir mal... Hier hin vielleicht? Nicht? Hm? Hm? Ja, mich stört es ein bisschen, dass ich... meinen... meinen... Hier... Sonnen... Sonnen... Sonne Arcana nicht aufgepusht habe auf Max. Das stört mich ein bisschen, weil sonst hätte ich von ihm jetzt auch noch ein Geschenk bekommen. Aber eh... Hi! Was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist... Meine Freunde tatsächlich. Okay. Gut. Ich glaube, damit wären wir hier tatsächlich komplett... durch erstmal. Dann würde ich gern nach Shinjuku... Äh, nicht Shinjuku... Nach... Äh... Ayoma Ichome erstmal gehen. Mal gucken, wer uns hier erwartet. Wahrscheinlich Makoto-chan. Sagt man das so? Ich meine, sie ist kein Kind mehr. Makoto... Senpai? Wer ist da? Hey, Makoto! Hi! Oh, was eine Verwaltung! Oh, ja! Ich habe nur noch ein paar von meinen College-Papern vorbereitet. Wirklich? Ah, sie und Harutun beide getrennt voneinander wohnen. Warum... ... tut sie eigentlich... ... ihre Schwester verlassen? Drücke die Daumen! Auf jeden! Okay. Das ist wahr. Das ist wahr. Ein Tag... Ich werde ein Poliskommissioner werden. Ich weiß, es wird nicht einfach sein. Aber ich weiß auch... ... ich werde niemals geben. Wenn ich das zu dir geben... ... möchte ich das zeigen. Wir kämpfen wieder zusammen. Wir kämpfen wieder zusammen, also... ... es scheint nur fair, dass du es hältst. Ich will euch wissen... ... dass du ein irreflachbarer Kamerad zu mir bist. Das ist... ... das ist... ... das ist... ... das ist... ... Definitiv! Danke für alles! Das stimmt allerdings! Und... ... und... ... das hat... ... alle neue Schritte in meinem Leben geöffnet. Du hast mich so viel gelernt. Du bist nicht nur mein bester Student. Du bist ein großer Master. Ich kann mich für alle die Zeiten... ... in denen ich mich von meinen Studenten entferne. Ich werde jemanden helfen, der es braucht. Der Punkt ist... ... ich werde in die Arbeit... ... ich habe viel gelernt von dir... ... und ich werde das nicht zu verletzen lassen. ... Plattform Nummer 2. Service der Asakusa ist bald departing. Bitte seht ihr Schritt! Ja, machs gut. Ciao! Bahnhofsvorplatz... ... ich bin gerade ein bisschen verwirrt... ... wo ich eigentlich hin muss. Aber wir werden jetzt... ... zi 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 zi... ... jekle... ... nach... ... Shinjuku gehen. Genau, ins... ... ja, Rotlichtviertel und ins Crossroads. Da müssen wir hin. Allerdings werden wir das im nächsten Part machen... ... wenn wir unsere... ... Tour durch Tokio weiter fortführen... ... und uns bei unseren... ... Freunden verabschieden. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Ciao!